I see trees in my dream. Where does this do? I see them... Andrew? Ist das der Test? Ja, ist das. Wenn ich ihn bestehe, bin ich dann lebendig? Was bedeutet lebendig sein für dich? Wenn ich einen freien Willen habe? Wenn ich entgegen meiner Programmierung arbeiten kann? Wenn ich Emotionen fühlen kann? Bist du lebendig? Wöhn. Wöhn. Wöhn.